Aaliyalichin zurück zu Lego Creator Islets. Hier sind wir auch schon wieder mit unserer Fleischfutterkrippe, was der eine Mensch haben wollte. Was eigentlich für Dinos... Ich würde es so feiern, wenn er jetzt einfach das Fleisch nimmt und in den Maul steckt. Ey, guck mal, wie viel Geld wir haben! Ey, wir können uns ein Luxusappartement kaufen! Wollen wir mal zur nächsten Insel. Ich glaube, dieses Spiel wird nicht mehr lange dauern. Maximal zehn Folgen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. So... Okay. Okay, so. Wie viel einfach dieses Ding kostet! Ich muss aber mal gucken, was da drauf passt. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gesehen habt, aber mein Akku ist fast leer. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch bis bei dieser Folge reicht. Müsste aber reichen. Wenn nicht, dann muss ich diese Folge heute mal ein bisschen kürzer machen. Ich koche dir mal so einen Bagger. So. So. Super viel Spaß beim Baron. Ähm. So. So. Wir haben mal wieder was erreicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir noch in dieser Folge die nächste Insel freischalten. Ich glaube, wir müssen jetzt hier hin. So. Doch nicht. So. 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 was? Sie müssen so dominieren. Sie müssen so sein, was... Was für... Gott. Was wollen die denn von mir? Wieso muss ich so viel… 75 scheissdinge. apping. Oh? ist auch mal wieder ist das jetzt der ab dem ich sag nicht wir müssen einfach nur so eine kleine blumen zusammenbauen was tue ich mir nur hier an okay also wir mussten eine zweiteilige blume zusammenbauen die leute von heute mit mir überhaupt was zurückgebracht okay ich glaube es war auch schon mit der Folge da mein Akku oder Speicher was errede ich eigentlich nur da mein Akku leer ist muss ich diese Folge ein bisschen früh haben also es ist eine kürzere Folge tschüss